Verringern sich meine Abschläge in meiner Rente, wenn ich neben der Rente noch arbeiten gehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage auf RentenBescheid24.de bekommen. Sinngemäß geht es darum, sehr geehrte Damen und Herren, meine Frage ist, wenn ich mit vorgezogener Rente, mit Abschlägen weiter arbeiten gehe und in die Rentenkasse einzahle, werden dann bei Erreichen der Regeleintrittsgrenze oder Regeleintrittsalter, so wie es der Kunde hier umschreibt, meine Abschläge 0,3% pro Monat wieder verringert oder bleiben sie bei maximal 12% bestehen. Die Rechtslage ist relativ eindeutig. Ihre Abschläge, die Sie in der von Ihnen beantragten vorgezogenen Altersrente bekommen werden, wenn Sie Abschläge bekommen, bleiben selbstverständlich auch bei Erreichen der Regeleintrittsgrenze in voller Höhe bestehen. Außer die Deutsche Rentenversicherung hätte sich hier bei der Berechnung der Abschläge verrechnet. Aber grundsätzlich ist es so, wenn Sie neben der vorgezogenen Altersrente weiter in einem Beschäftigungsverhältnis sind und hieraus zusätzliche Entgeltpunkte erlangen, dann werden diese sogenannten Zuschlagsentgeltpunkte nach Beginn einer vorgezogenen Altersrente erst ab Erreichen der Regelaltersgrenze Ihrem Rentenkonto gut geschrieben und damit erhöht sich auch Ihre Rente. Und der zweite Effekt ist, diese zusätzlichen Entgeltpunkte werden dann keinen Abschlag haben. Denn alles, was Ihnen erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze gut geschrieben wird, kann logischerweise keinen Abschlag haben. Die gesetzliche Regelung dafür finden Sie in § 66 Absatz 3a SGB VI Gesetzliches Rentenrecht. Diese Regelung wurde im Übrigen zur Verfahrens- und Verwaltungsvereinfachung für die gesetzliche Rentenversicherung geschaffen, damit man, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesetzlichen Rentenversicherung nicht für jedes Jahr die Rentenpunkte erfassen, dann die Rente neu berechnen und auf die bestehenden oder auf die zusätzlichen neuen Entgeltpunkte dann noch gegebenenfalls Abschläge mit einberechnet werden. Das wollte der Gesetzgeber verhindern. Das heißt also nochmals für Sie, wenn Sie während einer vorgezogenen Altersrente weiter arbeiten und sich hieraus neue Zuschläge an Entgeltpunkten ergeben werden, diese Ihnen erst mit Erreichen Ihrer individuellen Regelaltersgrenze auf Ihr Rentenkonto dann abschlagsfrei gut geschrieben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.